Ja, ich sag einfach mal, liebe Barbara, wenn du das Video siehst, erstmal cool, unser erstes, kurzes, ja, hallo Mama, hallo Nana, ich bin Nana aus Ghana, vielleicht kannst du mir was sagen, weil ich mache so geile Events, die mich auch schon mit supportet, ich möchte Menschen connecten, ja, und Menschen networken, warum sind Networking Events in heutigen Zeit so wichtig, dass man miteinander arbeitet, etwas gegeneinander, um eine gute Message zu vertreiben. Oh, 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 baby Oh, oh, baby Oh, oh, baby